Jo Leute, willkommen zum Monats-Special von diesem Monat. Ja, Undertale. Undertale ist ein Spiel, was ich nie gespielt habe, um es gleich vorwegzunehmen. Es ist wieder ein Spiel sehr retro, aber das ist auch das Einzige, was ich darüber weiß. Also ich weiß, es gibt mehrere Enden und dass da irgendwie die Meinungen wohl weit auseinander gehen, wie lange die Spielzeit ist. Jetzt ist die Sache, wie gesagt, ich spiele es absolut blind. Ich vertraue dem Ganzen nicht. Derjenige, der mir den Scheiß hier eingebrüht hat, ist der D. Der hat mir nämlich gesagt, das ist super für das Monats-Special, das kannst du auf jeden Fall nehmen. Er findet das Spiel mega genial. Und, ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube, das kann durchaus ganz witzig werden. Das Ganze ist ein Rollenspiel, sagte er, aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Mal gucken. Ähm, wir starten das Spiel einfach mal und, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, es funktioniert nicht. Kann ich das? Nee, kann ich nicht. Ich kann es nicht über, über die Tastatur eingeben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, Moment, eigentlich könnt ihr auch. Ja. Ja. Das war klar. Also, also, klein Evo passt nicht, dann nehmen wir einfach nur Evo. Also, wir begleiten Evo durch seinen Adventure. Ist das Name correct? Yes. So. Ähm, wie gesagt, es gibt mehrere Lösungswege in diesem Spiel. Und, ähm, typischer Rollenspieler halt. Erstmal. Erstmal da lang gehen, wo man nicht so aussieht, als ob man da lang muss. Okay, cool. Ähm, wie gesagt, der D hat mir vorher gesagt, ich werde höchstwahrscheinlich den schwierigeren Weg wählen. Aber, mal gucken, ob er recht behält. So. Alter, ich trau hier nichts und niemandem. Howdy. I am Flowey. Flowey the flower. Okay. Hey, hey, hey. Du, klingt böse. Why would you make me introduce myself? It's rude to act like you don't know who I am. Someone ought to teach you proper manners. I guess little old me have to do. Ready? Here we go. See that heart? It's your soul. It's very culmination of your being. Your soul starts off weak, but you can grow strong if you gain a lot of LV. Other level. What LV stands for? Why? Love, of course. Okay. Yeah. You want some love, don't you? Don't worry, I will share some with you. Ich lass mich von dir nicht verarschen. Down here. Love is shared through. Little white. Friendliness. Palots. Are you ready? Move around. Get as many as you can. Ich trau dir nicht. Hey, buddy. You missed them. Let's try again, okay? Nein. Ich trau dir nicht. Is this a joke? Are you brain-dead? Run into the bullets. Ich trau dir nicht, du Arschloch. You know what's going on here, don't you? Nein. Der der hat mir vorher gesagt. Ich soll mich nicht verarschen lassen. You just wanted to see me suffer. Die. Okay. Werde dich jetzt so oder so umgebracht? Ich trau auch dir nicht. What a terrible creature. The two rings such a poor, innocent youth. Ah, don't... Do not be afraid, my child. I am Toriel, caretaker of the ruins. Ich trau auch dir nicht. I pass through this place every day to see if anyone has fallen down. Ist klar. You are the first human to come here in a long time. Come. I will guide you through the catacombs. This way. First mal wieder raus. Golden flowers. They must have broken your fall. Erstens, warum sind die golden? Und zweitens, ich... Okay. Okay. Ich trau dem allen hier nicht, ey. Das ist alles voll suspicious, ey. Kann man hinter dem Ding lang gehen? Ich trau euch allen hier nicht. Ich lass mich hier nicht verarschen. Die shadow of the ruins looms above, filling you with determination. HP fully restored. Erstmal safe. Erstmal safe. So. Uh. Okay. Welcome to your new home, innocent one. Ich trau dir nicht. Allow me to educate you in this operation of the ruins. The ruins are full of puzzles. Ancient fusions between diversions and door keys. One must solve them to move from room to room. Please adjust yourself to the side of them. Okay. Moment. Only the fearless may proceed. Brave ones, foolish ones. Both not the middle road. Brave ones, foolish ones. Also wenn ich feige. Und intelligent bin. Dann laufe ich in der Mitte. Okay. Ich laufe in der Mitte. To make progress here, you will need to trigger several switches. Do not worry. I have labelled the ones that you need to flip. Press Z to read sign. I tell an ernst. Stay on the path. I will do it. Stay on the path. As if. The first switch is over on the wall. Ich hasse es. Go on, press the switch on the left. Der T kennt mich gut genug, dass er weiß, ich werde den rechten drücken. No, 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 you want to press the other switch. I even labeled it for you. Forgot it! Nein! Den hier? Du kannst mich mal! Ich will den hier drücken! Kann ich den nochmal drücken? Ne, kann ich nicht. Spendend! Ich bin stolz von dir, little one. Lass uns nach der nächsten Runde gehen. Ich wette, hier geht das auf. Dann über... Das ist... Das ist... ... 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 I'm sorry Wisdom avoids Eye Contact Console Halfway through your first world, Wimpsom bursts into tears and runs away You won! You end, no next pain, no good Uh Ah Ah Hello Froggy, Ribbit Ribbit, excuse me human I have some advice for you about battling monsters If you act a certain way or fight until you almost defeat them They might not want to battle you anymore If a monster does not want to fight you, please, use some mercy human Ribbit It says take one Take a piece of candy Definitiv nicht You decide not to take some Definitiv nein Okay Nein, 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 nein Ich will nicht kämpfen Ich will nicht kämpfen Ich will nicht kämpfen Scheiße, habe ich das jetzt gewählt Forgive me Äh 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 Da, 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 da Das kenn ich aus Zelda Ja, das war klar Ja, das war klar Das war so klar Das war so klar Ich will nicht ausweichen Froggy Froggy It seems Reloquent to fight you Spare Okay 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 Ring, ring Hello This is Toriel For no reason in particular Which do you prefer? Chinamon or Butterscotch Ach, a Butterscotch Äh Was ist der Keine Ahnung Ist das wichtig? Nehmen wir den Scotch Oh, Merci Thank you very much Ring Hello, this is Toriel You do not dislike Chinamon, do you? I know what your preference is but Would you turn up your nose if you found it On your plate Right Right I understand Thank you for being patient by the way Telefoniert jetzt jede zwei Schritte mit mir Okay Three out of four Grey Rocks recommend You push them Spare Spare Okay Okay Ist das alles noch Tutorial? Ah, okay Moment Da lang Bis noch ganz unten Zwei Felder Okay Okay Seien wir mal gemeinsam zu ihm Froggit didn't understand what you said But was scared anyway Shiver shiver Froggit seems a rather kind to fight you Spare So Das heißt einmal hier Hier War das hier wieder runter? Shit Okay 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 Wir zeigen wieder Mercy Also ich halte mich daran Ich werde so wenig wie möglich kämpfen Weil das ist mal Ich glaube das erste Spiel Was ich Kann ich da einfach durch? Nein, kann ich natürlich nicht Das erste Spiel, was mir wirklich sagt Es gibt ein Kampfsystem Es gibt ein Kampfsystem Aber Ähm Es 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 geht nicht ums Kämpfen Okay Okay You are intimidated by Froggits raw strange Only kidding Ich wollte gerade sagen But Flittered anyway Ribbit ribbit Okay Ups Da habe ich Äh Tiff halt hier Okay Keine Ahnung Ich weiß auch nicht, ob das mit dem Spare richtig ist Oder ob ich dadurch immer auf meine XP verzichte Aber irgendwie Keine Ahnung Ich finde die Idee cool Ein Spiel absolut ohne Kämpfen You tripped into a line of mold smuts Flirt Scheiß ernst Stereotypical Attractive Attractive No brains Haha Slime sounds Und Zack Moldsmann burbles quietly Okay Dann flirten wir mal mit ihm You wiggle your hips Moldsmann wiggles back What a Meaningful conversation Dein verdammter Ernst Burbles quietly Euer verdammter Ernst Äh Was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt Die ganze Zeit mache So, jetzt flirten wir mal mit dem letzten Zack Burbles quietly So Und jetzt gehen wir wieder dahin Wiggles your hips Blablabla 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 Sexy wiggle Sexy wiggle Was heißt hier sexy wiggle Ups Sexy wiggle The aroma of limme gelatine waft through Flirten wir nochmal mit dem Slimes out Sexy wiggle So Moldsmann waits Pensively Flirten wir mit dem Okay Ich verstehe es noch nicht so ganz Was passiert jetzt? Also wenn ich jetzt hier ewig sitze und Das so machen würde Sexy wiggle Sexy wiggle Sounds slimes Scourge Okay Moldsmann waits Pensively Okay Okay Wir versuchen das weiter Blablabla 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 Sexy wiggle Moldsmann waits Pensively Okay Äh Okay Also da ändert sich halt auch nichts dran Haben wir Items? Ich verstehe es noch nicht so ganz Ich verstehe es noch nicht so ganz Ich verstehe es noch nicht so ganz Boah der Partner Who said you could push me around So you are asking me to move over? Okay Just for you Pumpkin Hm You want me to move some more? Alright How's this? Hm? That was the wrong direction? Okay I think I got it Was war das denn jetzt? Nein! Ich möchte nicht kämpfen Sexy wiggle Ups ich habe vergessen dass ich eventuell auch ausweichen muss Ups Spare You won 0-0 Okay Hm? You wanted me to stay there? You're giving me a real workout Okay Gut Geht im nächsten Part weiter Gleich Und bis dann